Wir haben es schon wieder geschafft. Zweimal Besatz. Morgen 8 Uhr, 12 Uhr an allen Anlagen. Zweimal Besatz. Denkt dran, Arjen Wühl hat wieder geöffnet. Winterzeit ist zu Ende. Zweimal für euch fliegen die Fische rein. 8 Uhr und 12 Uhr. Freitag genau das gleiche. Nicht vergessen, haben wir auch. Dreierpack und es geht auch schon bald wieder los mit der Störe. Wir gucken mal, vielleicht eventuell am Wochenende schon wieder in Schmalfeld Störe. Wir werden sehen. Die ersten Wälse werden auch gefangen. Also die fahren langsam ihren Stoffwechsel wieder hoch und werden beißen. Also ihr wisst Bescheid. Morgen zweimal Besatztag und dann sieht man sich. 8 und 12 Uhr Besatz.